Guten Tag und Willkommen zu Bowser's Fury. Ich habe jetzt schon richtig lange auf dieses Spiel gewartet. Wie ihr wahrscheinlich auch, unter Bock es endlich zu zocken. Also, ich laber nicht groß rum, sondern beginne direkt. Boah, braucht das schon wieder lange im Loading Screen. Ja, ich kann ja schon mal anfangen zu erzählen, warum ich erst Bowser's Fury spiele, also warum ich nicht erst Super Mario 3D World spiele. Hat einen ganz einfachen Grund, habe ich schon gespielt, vielleicht werde ich es danach let's playen, mal schauen, aber Bowser's Fury ist einfach neu, darauf wartet jeder, genauso wie ich. Und ich habe richtig Bock, also los geht's. Was ist das? Mario entdeckt irgendeine komische Flüssigkeit. Das dürfte ihm bekannt vorkommen, dieses M. Nette Anspielung an Super Mario Sunshine. Wer's kennt, wird genau wissen, woher dieses M stammt. Ja. Boah. Das sieht direkt bombastisch aus, ne? Alles klar, wo sind wir hier? Was machen wir hier? Warum schon wieder so ein Mario Sunshine Flashback? Reicht es nicht irgendwann mal? Ja, alles klar. Hier direkt down zu gehen, das wäre echt arm. Alles klar, ich habe mich gerade schon gefragt, wann die Action losgeht. Aber wir sehen schon, Bowser hat irgendetwas vor. Und Mario denkt sich einfach nur ernsthaft. Alter, ist das dein Ernst? Muss das sein? Haha. Okay. Schauen wir mal, was zum Teufel. Alles klar, okay. Ah, okay. Ich habe mich eben schon gefragt. Eine Katzeninsignie. Ich habe mich eben schon gefragt, was die Blöcke mit den Bowser-Zeichen drauf sollen. Weil ich gehe mal davon aus, dass wir nicht Bowser spielen können. Aber da haben wir es. Bowser muss ihn dennoch zerstören. Und zwar, wenn er versucht, uns abzuschießen. Na, alles klar. Gut. Ich dachte, es braucht jetzt schon wieder so lange, um zu laden. Aber nö. Tut es nicht. Hilfe! Boah, ist das nice. Das hat auch eher so Mario Odyssey-Vibes, ne? Ja, okay. Das Rennen ist ganz Super Mario 3D World-typisch. Ah, hier ist das Schiff von eben. Okay, aus der Anfangssequenz. Ah, ah, okay. Okay, ich dachte, es wäre ein Jump-Cut zu irgendeiner anderen Insel gewesen. Aber nö. Da ehre ich mich. Ja, okay. Hier können wir alles ein bisschen überblicken. Wollen wir jetzt nicht? Wir wollen zocken. Wir wollen wissen, was hier los ist. Also fragen wir doch einfach mal Bowser Jr. Bruder, was ist los? Ah ja, okay. Es scheint, Bowser Jr. ist in Schwierigkeiten. Mario, Papa ist völlig außer Kontrolle. Ich weiß nicht, was passiert ist. Mario scheint ihm nicht wirklich zu glauben. Wird ich, aber nicht. Aber ich denke, wir haben keine andere Wahl. Ich habe versucht, ihm zu helfen, aber er ist so groß und wild. Ich schaffe es nicht, Papa allein zurückzuverwandeln. Mario glaubt ihm immer noch nicht. Ich würde dich normalerweise niemals um Hilfe bitten. Aber ich würde alles dafür tun, Papa zu retten. Also, bitte hilf mir, Mario. Und Mario nimmt sich der Aufgabe an. Du hast dich mit Bowser Jr. zusammengetan. Aber wie viel Hilfe wünschst du dir überhaupt? Ah, okay. Also, zu Anfang, einfach mal ganz kurz. Zu Anfang werde ich es noch auf viel Hilfe stellen. Ich denke, man kann es hinterher umstellen. Einfach nur, damit wir sehen, was Bowser Jr. kann. Hinterher werden wir dann zu wenig Hilfe umstellen. Einfach nur, weil ich denke, das ist eine gute Abstufung. Dann wäre Bowser Jr. dann immer weiter nicht mehr zu benutzen. Einfach, weil ich denke, mit viel Hilfe wird es einfach zu einfach. Ich denke, das wird dann hinterher nicht mehr schwierig sein. Und ja, deswegen erst mal dann hinterher wenig Hilfe, um trotzdem noch zu sehen, was er so kann, was er so machen würde in einzelnen Situationen. Und hinterher, wenn wir dann schon so ziemlich alles gesehen haben, ihn nicht mehr zu benutzen. Nein, du sagtest zu Bowser Jr., dass du keine benötigst. Alles klar. Du kannst diese Einstellung im Menü unter Optionen ändern. Eine Sache noch. Wenn du einen Joy-Con mit einer zweiten Person teilst, kann diese Person Bowser Jr. steuern. Wähle hierfür einfach plus im Menü, ja, im Menü den Zweispielermodus aus. Alles klar. Ja. Äh, ich will aber... Option. Hier. Viel Hilfe. Logischerweise. Wie ich es gesagt habe. Und... Ich denke, dann wird er jeden Scheiß machen, ne? Ja. Auch die Münzen einsammeln. Alles klar. Okay. Er ist extrem langsam. Was sich aber anscheinend mit der Zeit ändert. Und ich bin so blöd, ne? So vom dritten Gumba oder zweiten Gumba? Was war es jetzt? Ich glaube vom dritten Gumba treffen lassen. Aber naja. Hier ist direkt wieder ein Power-Up. Und... Die Musik fängt an zu spielen. Schön. Ja. Alles klar. Okay. Das Spiel hat wahrscheinlich nicht... Nicht erwartet, dass ich wie so ein Noob einfach direkt mein Power-Up verliere. Also... Nur klar... Dass direkt eine... Ja. Ein Katzen-Element eingeführt wird. Hallo. Okay. Leider keine Katzen-Glocke. Oh. Na gut, aber... Es ist jetzt auch kein Item hier, ne? Katzen! Cool. Die habe ich im Trailer gesehen. Was genau bringen sie? Okay. Okay. Kann ich damit irgendwie... Nee, hochklettern kann ich damit nicht. Aber kann ich die hochschicken vielleicht? Mal schauen. Ich hätte jetzt auf jeden Fall gerne eine Katzen-Glocke, bitte. Weil sonst verpasse ich doch... Ja, dankeschön. Sonst verpasse ich doch extrem viel. Und da ist so ein... So eine komische... So ein komisches Abzeichen. Was bringt das? Eine Red Coin oder irgendwie sowas? Hm. Ich denke, das werden wir hinterher noch genau erklärt bekommen. Ja, komm Mario, du kannst runter. Alles klar. Okay. Aber unsere Aufgabe, unser primäres Ziel ist es erstmal... Den Leuchtturm zum Strahlen zu bringen. Hey! Ah, ist das cute. Boah, ist das cute. Boah, ist das cute. Boah, ist das cute. Holy shit. Okay. Da unten ist noch so eine Red Coin. Ich denke, die werde ich mir direkt holen. Und die Sprünge lassen sich erstaunlich gut bewerkstelligen. Boah, ist das cool. Boah, das ist so cute gemacht. Nintendo, ihr könnt's einfach. Und Bowser Jr. macht schon mal die ganzen Viecher weg. Alles klar. Genauso wie dieses. Und ich glaube, es wird eine extreme Qual, diese ganzen Red Coins anzusammeln. Obwohl... Vielleicht so schlimm auch wieder nicht. Weil wir haben die echt gut finden können jetzt. Was geht hier ab? Äh... Alles klar. Okay, Bowser. Übertreib halt. Alles klar. Okay. Hier ist die fünfte Coin. Und ich denke... Oh Gott. Sind jetzt gegen uns die Katzen. Ja, die Katzen sind jetzt gegen uns. Ah... Also hier in Bowser's Fury scheint so einiges anders zu sein. Da sind die freundlichen Katzen auf einmal wilde Gegner. Und aus dem Himmel regnen Flammen. Ja, Bowser jetzt nervt halt nicht. Ja, okay. Das nimmt er sich anscheinend zu Herzen. Und ich würde gerne wissen... Wo ist die vierte Red Coin? Hier drinnen? Hm. Nicht ganz. Hm. Aber wenn da die fünfte war, dann... Dann muss die doch da oben sein, oder nicht? Moment mal. Wir kommen da gar nicht hoch. Ja, komm. Ich denke es... Gar nicht so falsch hier runter zu gehen. Ah, da drüben, oder was? Ne, Moment mal. Das ist ein anderer Bereich. Hm. Okay, das lässt sich auch nur mithilfe von Bowser öffnen. Ja, komm schon, ey. Aber... Woher soll man das denn wissen? Okay. Ja, ne. Ich weiß nicht, ob das gespeichert bleibt. Aber ich hoffe mal. Dann muss ich das halt nachholen, wenn Bowser wieder auftaucht. Alles klar. Dann lasst uns erstmal hier die Katzeninsigne einsammeln. Eine Katzen... Was? Einen Katzeninsigne? Okay. Heißt das so? Hm. Wusste ich nicht. Aber damit haben wir es geschafft. Wir haben den Leuchtturm wieder zum Leuchten gebracht. Dieser Leuchtturm möchte etwas ans Licht bringen. Das Licht eines Katzeninsignis lässt das klebrige dunkle Zeug verschwinden. Manche der Katzeninsignien können jedoch ein wenig schüchtern sein. Solltest du nicht fündig werden, zieh dich auch auf anderen Inseln um. Inseln mit Leuchtturmen sind immer ein guter Startpunkt. Am besten suchst du dir einen hochgelegenen Ort und suchst von dort aus die Umgebung ab. Ja, werde ich machen müssen. Hallo. Sollste hochkletz... Mario. Gut. Uh. Ne Boomerang-Blume. Aber von hier aus können wir auch die... Red Coins suchen. Hm. Ja, keine Ahnung. Ich denke halt, dass die da unten ist. Äh, da mit den Bowser-Blöcken. Oh. 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 Na coin oder ich mach was Sportsman mal hier hin oder ich mach dash Offcam oder was auch immer. Wow, eine Gigaglocke. Über die Dinghab ich mal einen coolen Spruch gehört. Ich glaube der ging so, wenn das monster sich erhebt, wird die Gigaglocke ertönen oder so ähnlich. Aber erst müssen wir das klebrige Zeug herunterbekommen. Mit mehr Katzensignien sollten wir es schaffen. Ja, fünf Stück brauchen wir insgesamt. Und da wir schon zwei haben. Wird das, denke ich mal, nicht so schwierig sein. Aber was genau passiert dann? Können wir dann direkt schon einen Bowser-Fight machen? Oder wie genau ist das hier? Hm. Vielleicht gibt es auch mehrere von den Dingern. Ich weiß es nicht. Aber lasst uns das einfach gemeinsam herausfinden im nächsten Part von Bowser's Fury. Bis dann und ciao.